Herzlich Willkommen auf dem Kanal von Madra Immobilien. Heute gibt es eine weitere spannende Folge unserer Immobilien News. Heute behandeln wir mal das Thema Kautionszurückzahlung. Da hat in diesem Sommer der Bundesgerichtshof ein spannendes Urteil gesprochen, dass die Vermieterrechte stärkt. Zuallererst, wie ist die rechtliche Lage mit der Kaution? Also nach bürgerlichem Gesetzbuch § 548 Absatz 1 hat der Vermieter sechs Monate Zeit, seine Ansprüche dem Mieter gegenüber geltend zu machen. Nach diesen sechs Monaten tritt die sogenannte Verjährungsfrist ein. Wann beginnt die sechs Monate? Mit Zurückgabe der Wohnungsschlüsselübergabe. Die Wohnung ist an den Vermieter zurückgegeben. Und jetzt läuft die Frist. In dem konkreten Fall jetzt hier ging es darum, dass ein Mieter am 08.11.2019 die Wohnung vollständig geräumt an seinen Vermieter zurückgegeben hat. Und am 20.05.2020 hat der Vermieter gegenüber seinen Mieter die Kautionsansprüche abgerechnet. Und in dem Fall machte er Schadensersatzansprüche geltend und behielt die Kaution ein. Der Mieter beruf sich jetzt natürlich auf seine sechs Monate Verjährungsfrist. Er hätte gern die 780 Euro geleistete Kaution zurückbekommen. Das machte der Vermieter nicht. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Man trifft sich vor Gericht. Zwei Gerichtsurteile gab es. Die haben jeweils zugunsten des Mieters entschieden, sodass der Vermieter nochmal Revision einlegte. Und dann ging es vor dem Bundesgerichtshof. So, und was ist jetzt passiert? Der Bundesgerichtshof entschied zugunsten des Vermieters. Ich lese euch einmal die Passage kurz vor. Der Bundesgerichtshof stellt nun in seinem Urteil von 10.07.2024 klar, dass Vermieter verjährte Schadensersatzforderungen wegen Beschädigung der Mietsache mit dem Kautionsrückzahlungsanspruch des Mieters verrechnen dürfen. Dies gilt auch dann, wenn der Vermieter die Möglichkeit Schadensersatz in Geld statt einer Reparatur zu verlangen, nicht innerhalb der Verjährungsfrist genutzt hat. Oder ich sage jetzt klipp und klar, dass die 6 Monate Verjährungsfrist in Anführungsstrichen egal sind. Wie seht ihr jetzt das Ganze? Seht ihr das als gerechtfertigt an? Oder sagt ihr, nee, das passt nicht? Schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Habt ihr solche ähnliche Fälle schon gehabt? Habt ihr Streitigkeiten gehabt mit Mieter oder Vermieter? Würde mich mal echt interessieren. Ansonsten würde ich sagen, bis zu den nächsten Immobilien News. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.